Hey, willkommen zurück zu einem weiteren Video in dieser kleinen Videoreihe, in der ich meine Druckballstiftsammlung durchgehe. Beim letzten Mal habe ich mit dem Zebra Delgard einen Druckballstift vorgestellt, der dafür designt ist, die Miene vor besonders häufigen Abbrechen zu schützen. In dem heutigen Video möchte ich eine Variante vorstellen, die einen etwas wertigeren Eindruck macht. Bei der Variante handelt es sich um den Zebra Delgard Type LX. Wie schon zuvor, schauen wir uns erstmal an, wie dieser Stift aufgebaut ist. Der Stift wiegt um die 20,8 Gramm, hat hier vorne eine metallene Spitze, hier einen metallenen Griff. Während der Körper wieder aus einem Kunststoff besteht, der Clip ist aus Metall gefertigt, im Gegensatz zum normalen Modell, und schließt hier hinten mit einer Kappe ab. Unter der Kappe kommt wiederum ein kleiner Radiergummi zum Vorschein. Wie schon so oft würde ich diesen Radiergummi nur im Notfall verwenden. Es ist vielmehr ein Stopfen, der hier hinten die Öffnung verschließt und somit die Miene vom Herausfallen bewahrt. Selbstverständlich liegt das Geheimnis, wie dieser Stift die Miene schützt, wie schon beim normalen Zebra Delgard in der Spitze. Die Miene wird vor dem Brechen geschützt, indem sie entweder zurückfedert oder auch die Spitze einfach nach vorne fährt und die Miene weiter vorne abstützt. Da der Griff aus Metall besteht, habe ich ein wesentlich solideres Gefühl in der Hand. Es vermittelt eine gewisse Art von Sicherheit. Der Griff ist dabei wieder breit genug, dass der Stift auch bequem in der Hand liegt, sich nicht allzu sehr in den Finger einschneidet. Der Stift ist weiterhin sehr leicht, dadurch sollte er auch lange Zeit haltbar sein. Die Hand wird wahrscheinlich weniger ermüden beim längerfristigen Schreiben. Und da der Clip auch aus Metall gefertigt ist, habe ich nicht den Eindruck, dass man den ebenso mitten durch Gedanken verloren kaputt spielt. Da stelle ich mir also bei einem Kunststoff Clip vor, der mal Gedanken verloren überdehnt wird und dabei abbricht. Man kennt es vielleicht. Zur Kappe bleibt mir noch zu sagen, sie klappert etwas mehr als beim normalen Modell, aber es befindet sich immer noch in einem recht erträglichen Rahmen, wie ich finde. Die Kappe ist auch etwas größer ausgeprägt. Geht auch wieder sehr leichtgängig ab. Also da sehe ich schon mal die Möglichkeit, dass man einfach so zwischendurch aus Versehen die Kappe abrupft. Aber insgesamt macht der Stift auf mich einen sehr tauglichen Eindruck. Ich habe ihn zwar noch nie aktiv irgendwie im Rahmen eines Studiums angewendet, aber ich habe ein Exemplar in meiner Küche zu liegen, sodass der dort immer dann gleich schreibbereit vorhanden ist. Wenn ich auf die Idee komme, in der Küche was aufschreiben zu müssen, also typischerweise ein Einkaufszettel. Der Schutzmechanismus für die Mine ist ein nettes Nice-to-have. Ich persönlich habe es, glaube ich, noch nie so richtig gebraucht, denn mir brechen vielgewöhnlich beim Schreiben die Mine nicht ab. Wenn, dann komme ich mir eher so zufällig irgendwo gegen, bei einer etwas unbedachten Bewegung vielleicht, aber an sich nicht beim normalen Schreiben. Allerdings kann es natürlich dir weiterhelfen, falls du dazu neigen solltest, generell mit Stiften etwas stärker aufzudrücken. Kann ich schließlich nicht einschätzen, das musst du selbst wissen. Insgesamt schätze ich den Stift sehr tauglich ein und ich denke mal auch, du wirst deine Freude dran haben. Er wird dir gute Dienste leisten. Okay, das ist dann wieder alles, was ich zum Zebra Delgert Type LX sagen möchte. Du bist bestimmt nicht zum ersten Mal auf dieser Plattform, also weißt du auch, was du mit diesem Video machen kannst. Viel Spaß dabei, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 uel